ach wir sind jetzt hier ist nicht da krankenhaus ich glaube ja 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 ich sag einfach ja dann kommen wir ja hier feuer abend machen auf sechs part aufgenommen recht für die ganze woche und wo ist das denn hier schon wieder da ist ein parkhaus da gehe ich noch ein im stelldurchgang macht die tür auf ich war sein ich weiß nicht vielleicht durchaus geben zu leveln die punkte natürlich noch nicht ausgeben ich bin auch sammeln dann zum nächsten level weil sie nicht wieder im nächsten part wieder ein paar punkte verballern wir sind feuerlich sagen wenn ich soll irgendwo hingehen okay ein bisschen creepy die pfeile verarschen ich wollte aus strahlung geführt man so vollkommen normal aus die falle gewesen man sollte sein ich verstehe es nicht wenn wir für möchte gern gruselkabinett hallo ich habe es auch noch nicht gesehen da eigentlich von da aus irgendwie da ins parkhaus rein aber gehen anscheinend nicht wenn du von dem fein verarscht was ist das hier ja das weiß ich mir hier man weiß man kann ja nicht Okay Finse Was ist das hier? Alter, was ist das? Ja, das ist das Museum der Exerei So das ist ja noch länger dauern muss ich an zwei parts einteilen und weihnachtsbaum mit dem kopf weil wir hatten einige leute zu viel schwarz kann ich den weihnachtsbaum mitnehmen da fehlt mir noch einmal der basis ja jemand zu viel spaß und sein eigenes kubelkabinett zu bauen habe ich so ein welchen noch weiter weiter jetzt mit zwei markte jetzt klar was ist ja das geben wir fahren ja ich werde in zwei parts ja ein teil mit hat noch weiter so geht heute was interessant ist für mich weil ich sehe nichts sie nichts aus es wird irgendwie noch weil ich sie mal so wieder ein bisschen zeit hier in anspruch nehmen da sind wir ein geiler ort hier bei mir ist auch rad dunkel hat passt irgendwie voll das ist ein auto also der mann ich war explodiert nicht das sind alles gebaut meine güte da jetzt machen wir uns rennt auch schon ein paar nicht hier steht gegen das ist schon wieder eingekommen mann da sind xxx aber so ein sound effekt hier sind das hier der end das ist schon mal als hat museum x3 und der torskralle das ding ist einfach draußen ja ich habe mich auch nur verstören ja ne hier gelandet der ding ist noch zwei stockwerke oder so groß die ganze zeit hier so oder was wir wissen noch mal der ort flüchtigen muss hier ist noch mal ein geiler ort wasser mit den o gott so herfallen steuer oder falsch denn auch gott ja vielleicht kann euch sterben du gehst den weg man da wird noch einer ehrlich wo kommt die alle her hier 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 was hat er wieder die jungfrau nöten um dass er das bei meinen piraten kapitäns gut kann haben wo ich jetzt schon waren wo ich ja jetzt bist du ja du blöder sack aber wo kam ich jetzt das ist jetzt die frage hier war ich finde er alle von der wunderville aber hat der ort hier so gut angefangen ich dachte wir werden freunde jetzt noch höher der herrn paar getötet also da waren wir einfach schon gescriptet und einfach nur gescriptet hier haben zum liegen noch mehr weiter geht es jetzt stoppwerk glaube ich was haben wir da oben doch na gut sind dann kommt ja bestimmt nicht nur irgendwelche fallen oder so oder auch recht er hat es geschafft die fallen ja aufzubauen da unten google war auf der hand wenn wir uns hier nicht um fallen sind tödlich in diesem spiel aufgepasst war doch sein befehl aber noch ich kenne ich nix mehr herumschleppen ja du verlierst die damit haben wir die meister schrift geworden war im watsch war und wofür sind zu viel falten ja wer will hier irgendwas verstecken dann musst du ja ganz wichtiges versteckt sein jetzt einer von beleuchtet durch einer von ausgelösen wenn die alle losgaben oder wie nehme ich mal an und da ist hier ich steigen konnte ja jetzt schon wieder überladen aufgepasst mal sehen dass du gefunden hast ja damit ich das schleppen kann so in dem singe klang das jetzt der pust oder war ich doch gar nicht ja nicht im meisterschaft bodenkegel wenn damit aber die meisterschaft auch nichts vertragen geil okay ja in der männer bei ihm und raus bist du also nehmen wir dich sagt gewicht ihr wollt jetzt nur zum entschärfen machen so nummer 2 so wie das mich in ruhe wenn ich mal gespannt was da oben ist eine spitze so viele fallen sind wenn sich jetzt so eine mühe gemacht hat scheinbar schützte drin zu sein lassen flammenwerfer aber jetzt macht er alles kaputt oder wie natürlich auch so wenn da haben wir den miniatum und fahrfusions kerne weil er ist damit verbunden also aber wie ich hätte da irgendwas geiles sind wir oder so ja wohl wahrscheinlich absichtlich gemacht was du da da sind wir dafür hingekommen operations kerne und der kampf helden rüstung irgendwie beide holen jetzt sind wir noch weiter jetzt sind wir hier wieder ja jetzt für ein paar fusions von dem fusions kerne und mini atome ich dachte wenn man geiler ort ja aber schon schwierig doch hat ich sagen ich freue mich in den sachen war jetzt nichts was ich gebrauchen könnte wahrscheinlich wenn ich mal nachgucken oder so habe ich gesucht hat roda ja sehr speziell lackierung für power rüstung freigeschreiter oder das haben wir mal was ich schon eher haben möchte was dann gleich mal angucken wie aussieht ja können wir in dem partner einpacken das ist aber nur diese flammen lackierung wir sehen wie eine andere aussieht dann ja kurz zurück nach hause und kommen uns nur noch die lackierung an und dann reicht es auch für die woche den part muss ich dann in zwei parts einteilen so ist gleich 50 minuten in ein paar aufgenommen 225 minuten part so ungefähr und dann sehen wir uns in der nächsten folge ja nur als neue lackierung an wenig ausgehen irgendwie nachgucken und gucken wie aussieht ich glaube ich habe vor ich die räume gewählt hat noch mal eher schnell speicherungen gemacht weil ich wahrscheinlich mal ankommen mit den anderen sachen drin sind aber bitte aber nichts bedeutend ist drin sein noch keine lackierung du er ist titan du ja mal voll du bist nicht voll ja sterne burschaft klamotten der teil aussieht ja wohl jetzt kosten so materialien und so eine hot pink normal hot road hot pink war ja wenn du das liebst dann sagt gefächt auch dass du mich liebst dann wäre auch schon sterne burschaft klamotten kass und heißt es pink ich meine hallo hallo bei mir für die trolling trolling park haus habe ich so hat sich doch mal geil aus oder dieser teil das war flammen und hier richtig damit glaube ich irgendwann warum damit die man zu provozieren weil bin wucht ja irgendwie glaube ich in von den farben wohnern getrunken wegen luka cola zu protestieren irgendwie sowas ich will auch für will gut dann sagen ich bin dem part hier so willst du dich noch intim mit mir unterhalten gibt es das bestimmte ein anscheinend nicht gut dann sage ich dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns der nächste volk let's play for out 4 ich bedanke mich alle herzlich zu schauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge